Guten Tag, mein Name ist Christian Schwarzkopf von Optionsuniversum.de und heute möchte ich einmal über den Einfluss des Zinssatzes auf Optionspreise sprechen. Wenn Sie Nutzer des G&V-Profils sind, dann ist Ihnen vielleicht in letzter Zeit auch aufgefallen, dass die T-plus-N-Linien so ein bisschen verzerrt sind. Teilweise haben die einen Verlauf, der eigentlich gar nicht sein kann. Ich will Ihnen mal anhand eines Beispiels zeigen, was ich meine. Wir haben hier ein G&V-Profil eines Trades, den habe ich bewusst ausgesucht, weil hier Optionen im Spiel sind, die relativ weit im Geld sind, dadurch, dass der Markt so stark gefallen ist. Wenn wir uns den Verlauf der T-plus-N-Linie angucken, dann sieht der erfahrene Optionshändler, da stimmt irgendwas nicht, weil hier an der rechten Zeltaußenseite, da sacken diese T-plus-N-Linien einfach insgesamt zu stark ab. Das liegt daran, dass die Modellierung der Optionspreise, wenn der Markt sich hierhin bewegt, basiert auf einem Zinssatz, der inzwischen nicht mehr aktuell ist. Wir hatten jahrelang ein Zinsniveau, das war nicht der Redewert, das war null oder gar negativ. Und dann kam es im letzten Jahr sprunghaft zu einem Anstieg des Zinsniveaus. Wir haben jetzt kurzfristige Zinsen in den USA, die sind bei über 5 Prozent. Und diese starke Veränderung hat einen gewissen Einfluss auf die Optionspreise. Und wenn man die nicht berücksichtigt, dann sieht man diese Verzerrungen, die manchmal noch extremer sind. Dann sind es die T-plus-N-Linie mit einmal unter der Expiration-Linie hierher. Und das kann nun gar nicht sein. Das wäre ja an dieser Stelle wäre dann ein risikoloser Gewinn möglich. Ich habe deshalb in den neuesten Versionen des GNV-Profils die Möglichkeit geschaffen, diesen Zinssatz einzustellen. Und wenn ich ihn einfach mal jetzt einstelle auf einen aktuellen Wert von ungefähr 5,5 Prozent und diese Datei neu berechne, dann sehen Sie, wie sich die T-plus-N-Linien so verschieben, dass das Ganze wieder aussieht, wie das normalerweise aussieht. Das ist ein viel realistischerer Blick auf die Entwicklung dieses Trades, wenn der Markt hier wieder anfängt zu steigen. So, das erstmal vorausgeschickt, wie die Auswirkung des Zinssatzes auf die Modellierung der Optionspreise für die Zukunft ist. Und jetzt können wir uns fragen, warum dieser Anstieg des Zinsniveaus, den wir gesehen haben, so eine gewaltige Auswirkung hat. Ich versuche es möglichst wenig kompliziert darzustellen und hoffe, dass es mir gelingt. Wenn wir ein höheres Zinsniveau haben, bedeutet das, dass die Cashflows, die in der Zukunft auftreten, heute einen geringeren Barwert haben. Was ist der Barwert? Der Barwert ist einfach nur der Wert eines zukünftigen Zahlungsstromes und zwar der Wert per heute. Man spricht von einer Diskontierung des zukünftigen Zahlungsstromes, einer Abzinsung. Man kann also sagen, wenn ich in einem Jahr 100 Dollar bekomme, dann sind Sie bei einem hohen Zinsniveau heute nur 90 Dollar wert. Ich kann diese 90 Dollar nehmen heute und anlegen, dann habe ich in einem Jahr 100 Dollar. Ist das Zinsniveau gering, so wie es jetzt jahrelang war, dann sind die 100 Dollar, die ich in einem Jahr bekomme, heute 99 Dollar wert. Der Barwert ist also höher, weil wenn ich dieses Geld dann wiederum ein Jahr anlege, dann kommen auch wieder 100 Euro raus bei einem geringen Zinssatz. Das ist der Zusammenhang zwischen Zinssatz, Diskontierung, Barwert. Was hat das Ganze jetzt mit Optionspreisen zu tun? Wenn ich einen Plan habe, dass ich in einem Jahr kriege ich eine Summe X ausbezahlt und ich möchte dafür Aktien kaufen, dann kann ich sagen, okay, genau so mache ich es. Ich warte jetzt ein Jahr ab und kaufe dann die Aktien. Ich könnte aber alternativ auch zwei andere Sachen machen. Ich könnte alternativ sagen, ich habe das Geld nicht jetzt, sondern erst in einem Jahr zur Verfügung, aber ich kann mir das Geld doch jetzt leihen. Ich leih mir das, ich nehme mir einen Kredit auf, kaufe sofort die Aktien und in einem Jahr, wenn ich dann mein Geld bekomme, woher auch immer, dann tilge ich damit den Kredit. Ja, das wäre und dann hätte ich in einem Jahr auch, wäre ich auch in einem Jahr stolzer Besitzer dieser Aktien. Und jetzt kommt der Zinssatz ins Spiel. Wenn ich für den Kredit sehr viel bezahlen muss, ist das natürlich schlecht für mich. Wenn ich für den Kredit wenig bezahlen muss, ist das gut für mich. Umso mehr Geld kann ich mir dann natürlich leihen. So, das ist jetzt die Möglichkeit über die Kreditfinanzierung. Die dritte Möglichkeit ist, ich weiß, ich kaufe in einem Jahr diese Aktien, ich möchte mir den Preis sichern. Dann kann ich natürlich heute hingehen und mir einen verhältnismäßig billigen Call kaufen, also verhältnismäßig billig im Vergleich zu der Direktanlage in Aktien. Ich kaufe mir einen Call mit dem entsprechenden Strike-Preis, zu dem ich die Aktien in einem Jahr kaufen möchte. Und für den Call muss ich natürlich eine Summe x bezahlen. Und dieser Call ist natürlich umso wertvoller, je höher die Finanzierungskosten für einen Kredit sind. Denn das sind Alternativen, die ich miteinander vergleichen kann. Habe ich für diese zweite Alternative, die ich Ihnen genannt habe, Aktien heute kaufen und finanzieren, habe ich dafür hohe Finanzierungskosten? Es ist natürlich für mich deutlich attraktiver, statt dieser Finanzierungsvariante einen Call zu kaufen. Deshalb bin ich bereit, für diesen Call mehr Geld zu bezahlen, als in einem Umfeld, wo die Finanzierungskosten niedrig sind. Dann hat dieser Call für mich weniger Wert. Weil dann ist die Variante über den Kredit eine billige Variante. Und dann wäre ich nicht so viel bereit auszugeben für den Call, als wenn ich hohe Finanzierungskosten habe. Das heißt, Calls werden wertvoller, wenn die Zinsen steigen. Der Preis eines Calls, sofern er über einen Zeitwert verfügt, der Preis eines Calls wird größer. Jetzt machen wir den umgekehrten Fall. Put. Eine Put-Option ist das Recht, in der Zukunft irgendwann Aktien zu einem bestimmten Preis zu verkaufen. Und auch hier kann ich diese Varianten durchspielen. Ich weiß, ich möchte meine Aktien in einem Jahr verkaufen. Dann könnte ich hingehen und sagen, ich verkaufe sie schon jetzt. Und den Verkaufserlös lege ich ein Jahr lang auf mein Sparbuch und kriege irgendeine Summe Zinsen. Und der hat es die gleiche Überlegung. Wenn die Zinsen hoch sind, ist das sehr attraktiv für mich. Und ich wäre nicht bereit für einen Put mit dem Strike, der mich dazu berechtigt, die Aktien in einem Jahr zu verkaufen. Ich wäre nicht bereit, für so einen Put viel Geld zu bezahlen. Sind die Zinsen niedrig, dann ist es nicht so attraktiv für mich, das Geld ein Jahr lang liegen zu lassen. Dann bin ich bereit, für eine Put-Option, die mich in die gleiche Lage versetzt, nämlich in einem Jahr die Aktien zu verkaufen, mehr zu bezahlen. Das heißt, hier ist das Verhältnis genau umgekehrt. Wenn die Zinsen steigen, werden die Puts weniger wert. Calls werden wertvoller, Putts werden weniger wert. So ist der Zusammenhang. Und deshalb führt das dazu, dass wir manchmal, wenn wir den falschen Zinssatz in unserem Optionsanalyse-Tool benutzen, so verzerrte T-plus-N-Linien sehen, weil die Optionspreise nicht richtig modelliert werden für die Zukunft. Wie wir das ändern können, habe ich Ihnen gezeigt. Einfach den richtigen Zinssatz in die neueste Version des GNV-Profils eingehen. Ich möchte Ihnen abschließend allerdings auch noch mal zeigen, dass das, was ich Ihnen gerade erzählt habe, nicht der pure Unsinn ist. Habe ich hier aufgerufen einen Optionspreisrechner, wo ich einfach nur Optionspreise berechnen kann, wenn ich die richtigen Input-Daten gebe. Und ich will Ihnen das einmal kurz vorführen. Heutiges Datum, nehmen wir einmal das heutige Datum oder ein beliebiges. Ich zeichne dieses Video am 20. Oktober auf. Machen wir mal eine Fälligkeit, eine Optionsfälligkeit, ein Jahr in der Zukunft. Ein beliebiges Underline, aktueller Preis 100, Ausübungspreis 100, Volatilität völlig egal, wir nehmen 20 Prozent. Und hier wird es interessant, risikoloser Zinssatz machen wir 0. Wir berechnen den Wert einer Call und einer Put-Option. Hier 7,98 kostet der Call, 7,98 kostet der Put. Wenn ich jetzt den Zinssatz hochsetze, dann würde ich erwarten, nach dem, was ich jetzt erzählt habe in den letzten Minuten, dass der Call teurer wird und der Put billiger wird. Mal gucken, ob ich recht habe. Jawohl, der Call kostet 13,30 und der Put 3,75. Es ist also offensichtlich genau so, wie ich Ihnen erzählt habe. Und das finde ich immer beruhigend, wenn man so einen kleinen Test macht und dann sieht man auch, dass man nicht völlig falsch liegt mit seiner Überlegung, warum der Zinssatz so einen Einfluss hat auf die Optionspreise. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, bitte dann liken und folgen Sie uns doch auf den sozialen Medien, Twitter, YouTube, LinkedIn, Facebook. Sie kennen das alle, wir würden uns darüber freuen. Und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, Ihr Christian Schwarzkopf.